Wir sind keine Hooligans, wir sind Ultras. Das ist einfach der entscheidende Punkt. Dieses differenzierte Bild, das wird halt nicht betrachtet, das finde ich immer sehr schade. Und vielfach tragen diese Entwicklungen dazu bei, dass es immer weiter eskaliert. Und die Ultras sind genauso wichtiger Bestandteil der Fanszene wie die Ostkurve und andere Bereiche. Für mich persönlich ist es als Frau saugeil in der Fußballszene. Es muss man drin sein in der Ultragruppe, um diese Aktion, die man dann vielleicht macht, auch mal zu verstehen. Am Arbeit, ich bin auch Ultra. Ich bin Ultra jede Woche, jede Woche, jede Woche. Die Ultraszene nehme ich schon deutlich wahr, vielleicht noch deutlicher als den Rest der Fans im Stadion. Ich dachte am Morgen, am Morgen, am Morgen, am Morgen, am FCM, am Club. Wenn wir zum Stadion kamen, wenn wir die Bewegungen gemacht haben. Da kann ich immer nur persönlich für mich sprechen. Ja, ist das akzeptabel für mich, wenn einer sagt, ich spreche nicht mit der Polizei. Dang. Und wie bitte.